quetschen steht da doof im weg die kann ich den nicht greifen wer hat die stärksten Krieger hey jetzt die 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 Dann geh ich vielleicht hier nur aushorchen. Hm. Das hat gut getan. Versuch das nicht doch mal. Ich schütt das nur auf der Wand. Dieses Manöver kenne ich auch. Wir sehen uns wieder, Menschlein. Wenn die Zeit gekommen ist. Nicht flüchten. Das kannst du doch besser. 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 Eigentlich muss ich nur greifen. Eigentlich muss ich nur greifen. Beherrschen. Abstechen. Puh. Mal beherrschen. Informationen sammeln. Trümmer-Schild. Obenkämpfer. Geckermeister. Schamane. 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 Ach ich hab jetzt über ihn selbst. Das war jetzt vielleicht. nicht das glückste das mit dem Pfeilen war gar nicht so schlecht er hat sich freiwillig töten lassen ist klar das die die das die 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 Ich glaube, ich kriege auch meine 10 Dings wieder. Ah ja, den könnte ich doch treffen, oder? Ah ja, fangt ja nur auf die an. Ah ja, den ist auch gleich los. Da hat er halt den Innenhof nicht. Ah ja, den kann ich mit mir. Ah ja, den kann ich mit mir kommen. 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 Oh, drei Pfeile. Mögenlich, dass ich da noch welche kriege. Ich verlasse doch nicht das fucking Auftragsgebiet. Was erzählst du denn für ein Scheiß? Nee, wir wissen, wo die Pfeile sind. Ich brauche Pfeile. Ja. 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 Ich brauche fucking Pfeile. Und ich seh nicht wo wir hier sind. Hier müssten irgendwo welche sein. Wo denn? Da unten. Ja die 6 Sekunden halte ich auch noch aus. Ja. Ja die 6 Sekunden. Ja die 6 Sekunden halte ich auch noch aus. Ja die 6 Sekunden halte ich auch noch aus. Na komm springen. Ja sollte ich sicher sein. Okay dann ist hier noch irgendwo was. Hm. Ich glaube es ist da drunter irgendwie. Ich will ja auch nicht gleich ganz runter fallen oder? Ach guck mal da sind auch die Pfeile. Ja. 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 brauche ich doch einen. Oder? Ne, blaue Milch war das. Ich brauch weiß, grün und rot. Und der hier war ziemlich schwer. Wenn wir diese Arbeit nicht erledigen, wird der Turm uns allesamt in Ketten werfen. Die Menschen halten uns für brutal, wenn der Turm hier... ... Erreiche die Wache des Hänkers unentdeckt zu werden. Kann ich mich da nicht abseilen? Hä? Oh. Batterien leer. Hm. 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 Da unten ist ja keiner. Also ich könnte jetzt hier runter und die... Vielleicht fange ich erstmal mit dem da oben an. Dürft eigentlich nichts passieren. Der guckt da wieder. Wenn der gleich wegguckt, schnapp ich mir den da. Jetzt guckt er wieder. Also vorsichtig, dass der mich nicht sieht. Gute, Alter. Natürlich ist das. Du salst. Im Schlund will ich es von unseren Truppen. Es ist wie ein Fliegen-Nest. Nur sind die Fliegen größer und tragen schwer da und jetzt weiß ich. Dann steht da einer, ob der sich wohl irgendwann mal umdreht. Oh, der hinten guckt. Genau in diese Richtung. Das ist natürlich nicht so toll. Der guckt auch in meine Richtung. Ah, es kann sein, dass der mich entdeckt. Der dunkle Herrscher sieht alles. Aber denkt ihr, er kann doch alles hören. Ich weiß nicht, warum du fragst. Und ich will es auch nicht wissen. Für dein Gejammer will ich nicht meinen Kopf hören. Vielleicht finde ich mich bei, ne? Okay, er hat mich nicht erkannt. Ich weiß nicht, er hat mich nicht erkannt. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sich schon in die Hosen. Ich mag das auch nicht. Was glaubst du, was es ist? Keine Ahnung, Blinklimmels. Was haben die meisten getötet, wenn wir es sehen? Hm. Müssten schieße ich den da ab, da hinten. Ach so, jetzt ist er eigentlich weit genug weg. Ob der Krammasser versucht, seine Hexenkünstler an den Grausen zu probieren? Ein Biest wie dieses lässt sich nichts von so etwas blenden. Das war was? Das war nichts. Das war nichts. Und jetzt den noch, ah, dann bin ich durch. Oh man, ja. Erfolg Erfolg Das war's für heute. ein wenig die 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 Tapferkeit der Menschen. So, was könnte man auch machen? Wo muss ich denn jetzt da hinten? So, was könnte man auch machen? Na, du versuchst es aber du schaffst es nicht. So, was könnte man auch machen? Ja. So, was könnte man auch machen? 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 So, das war doch einer von mir, oder? So, naja. So, was könnte man auch machen? 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 Oho, Fähigkeitspunkt, glaub ich. Könnt's nirgends mehr ausgeben, oder? Witzig. Tja, hab doch schon alles, was man freischalten könnte. Braucht man da zwei für, das Schatten aufsitzen? Ne, dafür brauchst du die beiden. Ach je, ich brauch mehr Macht. Mische dich ein. Ich werde dich ausbluten und dann töte ich dich. Komm her und zeig mir deine Angst. Hm? Hm. Tschüss. Toll, los. Zwei. 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 So war es absolut nicht geplant. Habe ich jetzt gewonnen, weil er flüchtet oder? Gelöst, ja. So war es absolut nicht geplant. Ach, der ist doch schon über alle Berge. Okay. Was kann man hier noch machen? Na ja, voll. Okay. Jetzt heißt entkommen, tja, jetzt auch nicht mehr auf der Karte. Na ja. Ich glaube, ich höre mal für heute auf. Oder für jetzt. Das nächste Mal kann ich dann hier weitermachen. Oder mal schauen. Okay. 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 Okay.